So, zum allerletzten Mal jetzt hat hier, genau, treffen wir Laurentius. Hat das jetzt nicht funktioniert? Muss ich mal mit Schreiter da wegtun? Oh, tschüss, Choco. Und den kann ich jetzt jederzeit wieder rufen oder nicht? Hm, also schlecht. Muss ich kaufen. Gibt es das nicht irgendwo da, wo es auch diese Kaktorohrdinge gab? Und diese Bomberding? Irgendwas sagt man, ich hätte mir wirklich den Ätheriten speichern sollen. Ja, leider bin ich bloß schon Level 40, was mir jetzt gerade hier gar nichts bringt, weil ich runtergeschluckt worden bin. Und ich habe Freunde. Nein, und ich kann mich wieder nicht bewegen, weil es leckt. So. Oh, Laurentius. Hier, bleib mich mal an. So, Laurentius. Hier. Bleib mich mal an. Nicht meine Waffen hier Oh, das habe ich eben zuerst geguckt worden Ne, irgendwas sagt, wenn es nicht geht Alter, ich werde von mir Die Summe ist einfach So. Auf geht's. Laurentius an den Graben. Nach der nächste hinten ist einer, einer. Ach. Irgendwas greift nicht da an. Shit. Ah doch, das schaffen wir aber noch gut. Nein. Wieso überspringen? Ja. Tschüss. Verloren hast du. Wieso überspringen? Ja. Tschüss. Verloren hast du. Tschüss. 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 Gut, die muss ich dann wohl machen und dann irgendwann hier wieder zurückkehren. Sollte ich vielleicht, damit ich hier insgesamt weitermachen kann. Hoffentlich kriege ich da viele Erfahrungspunkte bei dem Band, dann schon dann.